Das Urteil wurde bereits gezählt. Wir sollen wohl über die Strafe entscheiden. Seht die Gefangenen und hört euren Eid. Sehr gut. Sollen wir anfangen? Müssen wir die, sie anfassen? Ich möchte, dass der Arzt geholt wird und ich die Hure hänge sehen. Heute noch! Ja, der kommt jetzt. Ja, bist du gekommen? Ja.